In London hat sich große Vergangenheit bis heute bewahrt. Der ideale Ort also für das Event der alten Musik. Das Lufthansa Festival of Baroque Music wird vom 13. bis 21. Mai wieder seine Pforten öffnen und mit Künstlern von internationalem Renommee für Hörgenuss der Spitzenklasse sorgen. Erste Vorboten finden sich abseits des Metropolentubels. Auf ihrem Bauernhof nahe Bremen gewährt ihnen die international erfolgreichste deutsche Gambistin Hille Perl schon mal einen Vorgeschmack auf das Festival. Mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm Intimit Bach. Das sind Sonaten, die zählen zu dem Allerbesten, was unser kulturelles Erbe uns vermitteln kann. Und ich glaube, dass die was sehr Konzentrierendes und sehr Heilendes haben. 2011 schlägt das Festival unter dem Motto Hanseatic to Adriatic den Bogen von Nord- und Ostdeutschland über Polen, Böhmen und Österreich nach Venedig. Am 20. Mai treten Hille Perl, Patrick Ayrton und Lee Santana mit ihrem Bach-Programm in St. Johns auf. Santana und Perl sind privat wie auch beruflich fast unzertrennlich. Und nach langjähriger Freundschaft wird das Trio erstmals auch auf der Bühne mit Patrick Ayrton komplett. Für ihn ist Bach... Er war einfach die größte Musik, die je existiert hat. Und das haben alle viel größer Menschen als ich gedacht. Mozart, Beethoven, Haydn und Schumann waren alle auf ihren Knie vor Bach. Er war einfach der Größte. Er spricht gleichzeitig zum Kopf und zum Herz. Das trifft ganz sicher auf das gesamte Festivalprogramm zu, das von Buxtehude über Bach, Biber, Schütz, Zellenka und Telemann bis Vivaldi reicht. Lassen sie sich in den Bann der alten Musik ziehen. Dann geht eine Welt auf, was einmalig, eigenständig und wunderbar ist. Hele Perl gilt als Spezialistin für historische Musik und wird die Reise nach London mit ihrer 300 Jahre alten Gambe antreten, die sie durch einen Zufall vererbt bekam. Die alten Instrumente, die sind natürlich von anderen Musikern gespielt über die Jahrhunderte und es fühlt sich so an, als ob man tatsächlich, als ob ich etwas mache, aber das Instrument fügt noch was dazu. Dieser Künstlerin jedenfalls ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Sie fantastischen Künstlern und einem Programm voller Barock-Highlights nicht widerstehen können, zwischen dem 13. und 21. Mai haben Sie die Gelegenheit. Die Spielorte St. Gabriel's Warwick Square oder St. John's Smith Square sind Garanten für stilvolles Ambiente und brillante Akustik. Oder Sie reihen sich ein, am 19. Mai für das Konzert mit dem Westminster Abbey Choir, um das gravitätische Bieber-Requiem in der imposanten Kulisse der Krönungskirche englischer Könige zu genießen. Wofür Sie sich auch entscheiden. Wie alle Künstler des Festivals freut sich auch Hele Perl schon auf Sie. Und Lufthansa bringt Sie gern nach London. Die Atmosphäre ist fantastisch. Also das Publikum ist ein sehr gebildetes Publikum, was ganz offensichtlich diese Art von Musik auch sehr genießt. Es ist ein großes Privileg, in diesem Festival spielen zu dürfen. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!